Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine gute Position Da ist das Tor, aber ein bisschen Glück war mit dabei Das war eine ganz enge Kiste Der Ball springt von der Querlatte direkt ins Tor Und das kannst du so natürlich nicht planen, egal Jetzt wäre es natürlich doppelt bitter Direkt verwandelter Freistoß, super gemacht So, der Treffer nochmal in der Wiederholung Ein fantastischer Freistoß, direkt verwandelt Ein richtig guter Freistoß Jetzt müssen sie aufpassen Und jetzt ein Schuss Und so wird das nix Den Helder-Torwart natürlich Tor, der Ball ist drin Der Torhüter kam nicht mehr entscheidend ran Ohne Rücksicht auf Verluste Stürzt er sich da in den Ball Und versenkt ihn Absolut sehenswert Extra Punkte für seinen Mut Da so rein Schießt er ihn rein Den Lobster Klasse Treffer Und da macht er sein zweites Tor Schau